Hallo, mein Name ist Arash Lavasa. Ich arbeite in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik und möchte Ihnen heute gerne die Bauweise der Tragschichtbewährung vorstellen. Der Bau von Tragschichten auf wenig tragfähigen Böden mit hohen Verkehrslasten ist eine große Herausforderung. Es gibt vielseitige Anwendungsfelder wie permanente Straßen oder Eisenbahnstrecken, Lagerflächen, temporäre Baustraßen und Arbeitsplattformen. Bei diesen Anwendungen wird der Boden kurzfristig oder auch dauerhaft hohen statischen und dynamischen Lasten ausgesetzt. Abhängig von der Belastung und der Nutzung kann die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit der Tragschicht verbessert werden. Gleichzeitig reduziert sich der Wartungsaufwand. Neben Möglichkeiten wie zum Beispiel der Erhöhung der besseren Lastverteilung und somit geringeren Beanspruchungen des Untergrundes bei. Die Bewährung bietet eine passive Verankerung, die nicht nur die mechanischen Eigenschaften der Tragschicht verbessert, sondern auch eine seitliche Einspannung des Korngerüsts unterstützt. Im Zusammenhang mit der Membranwirkung resultiert dies in einer höheren Tragfähigkeit bei geringeren Tragschichtdicken. Des Weiteren sorgt die seitliche Einspannung für eine bessere Verdichtung mit geringerem Spreizen im Randbereich. Eine hohe Verbundflexibilität der Bewährungen ermöglicht eine perfekte Anpassung an die Geometrie des Bauwerks und verbessert die Verzahnung zwischen den Bodenpartikeln und der Bewährung. Eine gute Verbundflexibilität erhöht auch die Effektivität der Verdichtung des bewährten Bodens. Durch die mechanischen Funktionen der Geokunststoffbewährung wird die Stabilität des Bauwerks erhöht, wobei die Spurinnentiefe bei identischer Belastung reduziert wird. Zusätzlich zu der Verbesserung des mechanischen Verhaltens des Bauwerks durch die Tragschichtbewährung verhindern die Trenn- und Filterfunktion eines Gewebes oder eines Verbundstoffes eine Vermischung des Füllmaterials mit dem feinkörnigen Untergrund. Die Trennfunktion verhindert den Verlust des hochwertigen Füllmaterials in den Untergrund, wohingegen die Filterfunktion den Eintrag von Feinstpartikeln aus dem Untergrund in die Tragschicht unterbindet. Durch diese beiden Effekte, Verhinderung der Durchmischung und Unterbindung des Eintrags von Feinstpartikeln, wird ein sehr gutes Reibungsverhalten im Schüttmaterial der Tragschicht dauerhaft sichergestellt. Der Rohstoff der Geokunststoffbewährung sollte unter Berücksichtigung der erforderlichen Dehnsteifigkeit und Festigkeit, der Nutzungsdauer und auch der chemischen Eigenschaften des Untergrundes und des Grundwassers in Bezug auf ihrem Säure- bzw. Basengehalt gewählt werden. Um eine Tragschichtbewährung für befestigte oder unbefestigte Systeme zu bemessen, gibt es verschiedene empirische, analytische und numerische Verfahren. Diese Methoden betrachten überwiegend die Ermittlung der erforderlichen Tragfähigkeit, tolerierbaren Spurinnentiefe und der maximalen Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.